Das kalte Herz, ein Märchen Wer durch Schwaben reist, der sollte nie vergessen, auch ein wenig in den Schwarzwald hineinzuschauen. Nicht der Bäume wegen, obgleich man nicht überall solch unermessliche Menge herrlich aufgeschlossener Tannen findet, sondern wegen der Leute, die sich von den anderen Menschen ringsumher merkwürdig unterscheiden. Sie sind größer als gewöhnliche Menschen, breitschuldrig, von starken Gliedern und es ist, als ob der stärkende Duft, der morgens durch die Tannen strömt, ihnen von Jugend auf einen freieren Atem, ein klareres Auge und einen festeren, wenn auch raueren Mut, als den Bewohnern der Stromtäler und Ebenen gegeben hätte. Hallo Jörg, das ist aber nett, dass du mir was vorliest zum Weltvorlesetag. Na ja, und das kalte Herz ist ja eins von den besten deutschen Märchen. Mhm. Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist schon viel hundert Jahre alt. Dein ist all Land, wo Tannen stehen, lässt dich nur Sonntagskindern sehen. Mhm. Ja, das ist der Spruch, wie du Peter Mungts Glasmännlein herruft. Mhm. Hm, ich habe keinen guten Spruch, aber ich kann auch was herrufen, was auch nicht jeder zu selten ist. Was glaubst du, was das ist? Was ist das, ein Schwarzwälder Berliner? Ja, ein Berliner Schwarzwälder-Art. Vom Bäckermeister meines Vertrauens. Ja, Respekt. Hm, ich glaube, der schau kann die da. Der weiß, was er tut. Das kriegst du nachher zur Belohnung, wenn du mir fertig vorgelesen hast. Also, los geht's. Brauchen aber nicht alle anderen mit dem Haus. Hm, ich kann das selber. Das kalte Herz findet man bei den Märchen von Wilhelm Hauf, die findet er bestimmt irgendwo. Also, dann könntet ihr jetzt eures lesen und wir machen unseres. Tschüss. Ciao. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas geboten.